Wir werden uns in diesem Video mit der Balance Scorecard befassen. Die Balance Scorecard ist ein Instrument, das wir einerseits bei der Strategie Implementierung und andererseits bei der strategischen Kontrolle einsetzen können. Ich würde gerne die Balance Scorecard an einem Beispiel mit Ihnen durcharbeiten. Was ist der erste Schritt im Rahmen der Entwicklung einer Balance Scorecard? Schauen wir uns das am Beispiel eines Gebäudedienstes an. Der erste Schritt ist einmal darzustellen, welche Unternehmensvision gibt es überhaupt und welche zentralen Ziele verfolgt das Unternehmen. In unserem Fall des Gebäudedienstleisters verfolgt das Unternehmen die Vision, wir wollen der zuverlässigste Partner für alle Belange des Managements von Gebäuden sein. Und das Unternehmen formuliert neben der Vision auch zentrale Ziele, die sie in den kommenden Jahren erreichen möchte. Welche sind das? Sie wollen ein Full-Service-Angebot bereitstellen für mittelständische Unternehmen im Bereich des Gebäudemanagements. Sie wollen umfassende Bekanntheit schaffen, vor allem für den Faktor der Zuverlässigkeit, insbesondere was das eingesetzte Personal betrifft. Sie wollen einen jährlichen Umsatzwachstum von 15% erzielen. Sie wollen jährliche Preiseerhöhungen für ihre Dienstleistungen von 1% über den tariflichen Lohnerhöhungen erzielen. Und sie möchten die Tätigkeit für Produktionsbetriebe, die sie anbieten, ausbauen und auch die Betreuung von Produktionsgebäuden übernehmen. Das heißt, nachdem wir geklärt haben, was ist die Unternehmensvision, was sind die zentralen Ziele, folgt der nächste Schritt, die Bestimmung der Perspektiven. Sie wissen, im Rahmen einer Balance-Core-Card muss man sich damit beschäftigen, welche Perspektiven von wollen wir berücksichtigen. Im vorliegenden Fall hat sich das Unternehmen dazu entschieden, eine Finanzperspektive einzubinden, eine Kundenperspektive, eine Lern- und Entwicklungsperspektive und die Prozessperspektive wird aufgeteilt, einerseits in eine Personalperspektive, das heißt, welche Leistungen erbringt das eingesetzte Personal bei der Kundschaft und eine interne Verwaltungsperspektive, also wie funktioniert intern die Abrechnung und die Akquisition. Der dritte Schritt im Rahmen einer Balance-Core-Card ist es dann, Kennzahlen für jede Perspektive auszuwählen, die passend sind und Zielwerte zu bestimmen, also was ist der Zielwert, den das Unternehmen in der betreffenden Perspektive erreichen möchte. Schauen wir uns die erste Perspektive an, die Lern- und Entwicklungsperspektive. Hier hat das Unternehmen drei Kennzahlen ausgewählt. Die erste ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Diese wird in einem Index angegeben und der maximale Wert beträgt 100. Der Zielwert ist, dass die Mitarbeiterzufriedenheit bei einem Wert von über 85 liegt. Derzeit zeigen Erhebungen, dass der Wert bei 83 liegt. Eine zweite Kennzahl ist der Entwicklungsgrad des Informationssystems, also wie gut entwickelt ist das Informationssystem bereits im Unternehmen. Diese Kennzahl wird von der IT-Leitung geschätzt. Der Zielwert ist 40%, der derzeitige Ist-Wert liegt weiter runter bei 20%. Dann eine dritte Kennzahl, die Kundenkontakthäufigkeit, also wie viele Kundenkontakte pro Jahr gibt es pro Kunde. Da wäre der Zielwert ein Wert von 1,8 mal. Hier liegt der Ist-Wert darüber bei 2,4, wobei ein niedrigerer Zielwert besser ist. Die zweite Perspektive, die interne Verwaltungsperspektive. Hier hat das Unternehmen vier Kennzahlen ausgewählt. Die erste ist die Innovationsrate. Wie wird die gemessen über die Anzahl der Verbesserungsvorschläge, die pro Mitarbeiter pro Jahr eingebracht werden. Der Zielwert liegt bei einem Wert von über 0,8. Der Ist-Wert liegt bei 0,5. Die zweite Kennzahl ist die Fehlerquote bei der Abrechnung. Also in wie viel Prozent der Abrechnungen passieren Fehler? Hier ist der Zielwert kleiner 0,6%. Der Ist-Wert liegt bei 1,9%. Also in 1,9% aller Abrechnungen passiert irgendein Fehler. Dann gibt es eine weitere Kennzahl, die Neukundenakquisition. Also wie viele persönliche Kontakte gibt es mit potenziellen Neukunden? Hier sollte der Zielwert bei größer 15 liegen. Derzeit liegt er bei 12. Und dann die letzte Kennzahl. Hier geht es vorwiegend um die Effizienz. Nämlich wie viel Zeit benötigt ein Mitarbeiter einer Mitarbeiterin pro Abrechnung. Hier liegt der Zielwert bei 40 Minuten und derzeitiger Wert sind 52 Minuten. Die dritte Perspektive ist die Personalperspektive. Die erste Kennzahl, die uns im Rahmen dieser Perspektive interessiert, ist die Ausfallsrate. Also wie häufig passiert es, dass das eingesetzte Personal nicht am Einsatzort zur vereinbarten Zeit erscheint. Hier liegt der Zielwert bei unter 1,4%. Der Ist-Wert bei 1,8%. Die Beschäftigungsdauer, also wie lange sind die Personen im Unternehmen. Hier liegt der Zielwert bei größer 3,2 Jahren und der Ist-Wert bei 2,9 Jahren. Dann die Arbeitgeberattraktivität. Hier hat sich das Unternehmen entschieden, das über die Personalbeschaffung einschätzen zu lassen. Also nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befragen. Hier gibt es Werte. Von 1 wäre sehr gut, bis 5 wäre sehr schlecht. Hier liegt der Zielwert bei 2,3 und der Ist-Wert bei 2,4. Die letzte Kennzahl im Bereich des Personals sind die Personalkosten pro verrechneter Stunde, die anfallen. Die liegen derzeit bei 11,60 Euro und der Zielwert wäre unter 11 Euro. Dann haben wir noch die letzte Perspektive, nämlich die Kundinnen und Kunden. Die erste Kennzahl ist, wie hoch ist der Anteil der Kundinnen und Kunden, die das gesamte Leistungsspektrum des Unternehmens in Anspruch nehmen, also sogenannte Full-Service-Kunden sind. Hier liegt der Zielwert bei größer 25%, der Ist-Wert bei lediglich 14%. Eine zweite Kennzahl ist die Reklamationsquote. Also in wie vielen Fällen kommt es zu Reklamationen, zu Beanstandungen. Hier sollte der Wert kleiner 0,4,8% sein. Derzeit liegt er bereits bei 3,2%. Dann das Image, wir haben schon angesprochen, das Unternehmen möchte wahrgenommen werden als sehr zuverlässiger Dienstleister. Das heißt, der Zielwert wäre, dass Kunden und Kunden das Unternehmen als zuverlässig erleben. Da das jetzt erst forciert wurde, gibt es dazu noch keine Ist-Werte, also noch keine Unternehmensbefragungen. Dann als letzte Kennzahl die Kundenzufriedenheit, also wie hoch ist der Anteil an zufriedenen, beziehungsweise sehr zufriedenen Kunden an der Gesamtkundenschaft. Hier sollte der Zielwert größer als 90% sein, derzeit liegt er bei 87%. Dann haben wir noch die Finanzperspektive. Auch hier hat sich das Unternehmen vier Kennzahlen überlegt, nämlich einerseits die Umsatzsteigerung. Wir haben das in den Zielen bereits gehört. Das Unternehmen möchte eine jährliche Umsatzsteigerung von 15% erreichen. Derzeit liegt der Wert bei 9%. Die Kapitalrendite bezogen auf das Gesamtkapital sollte bei 13% liegen oder höher als 13% und liegt derzeit bei 13%. Die Kundendeckungsbeitragsrendite bezogen auf den Kundenumsatz sollte bei 35% liegen und hat jetzt einen Wert von 38%. Der Anteil der internen Kosten sollte kleiner als 18% sein und liegt derzeit bei 22%. Nun stellt sich natürlich die Frage, wir haben sehr viele Kennzahlen, sehr viele Ergebnisse. Wie setzt man eigentlich die Prioritäten richtig? Also womit beginnt man jetzt in der Umsetzung? Und hier bietet es sich an, anzuschauen, wo gibt es die größten Abweichungen vom Zielwert? Und wo sollte man deswegen zuerst mit der Verbesserung starten? Und das kann man in Form eines solchen Diagrammes machen, wo man einfach durch die gelben Linien sieht, wie gut ist der Zielerreichungsgrad. Und dann setzt man bei diesen Bereichen an, wo die Abweichung zum Zielwert noch am höchsten ist. Was bedeutet das jetzt für das konkrete Unternehmen? Welche konkreten Maßnahmen sollte es als erstes setzen? Da hat sich das Unternehmen überlegt, ja, das Informationssystem ist noch wenig ausgebaut. Und hier wäre mir notwendig, eine Ursachenanalyse vorzunehmen, warum das so ist. Und gegebenenfalls Personal zur Verfügung zu stellen, das Budget zu erweitern, um den Ausbau des Informationssystems voranzutreiben. Eine weitere Maßnahme, die das Unternehmen setzen möchte, ist die Kontakthäufigkeit mit den Kunden und Kundinnen zu reduzieren, weil das hohe Kosten verursacht, also sprich besser zu planen, wahnsinn, welche Kundenbesuche erforderlich und auch den Besuchsrhythmus besser vorzugeben und besser zu planen. Und eine dritte Maßnahme, die in einem ersten Schritt erforderlich erscheint, ist die interne Verwaltung. Auch da hat sich gezeigt, dass es einige Abweichungen zu den Zielwerten gibt, auch einige größere Abweichungen. Nämlich einerseits der Zeitbedarf, der für Kundenabrechnungen aufgewendet wird und andererseits die Fehlerquote. Und beide Aspekte kann man durch eine entsprechende Schulung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter verringern und sich dem Zielwert besser annähern. Und die Ausbau des Informationssystems